Los Angeles' Shifty Shellshock, der Sänger von Crazy Town, ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Der Musiker wurde leblos zu Hause aufgefunden. Shifty Shellshock ist tot, erste Details zur Todesursache bekannt. Nachdem er mit seiner Band Crazy Town und ihrem Hit Butterfly zur Jahrtausendwende-Welt berühmt wurde, fand das Leben von Shifty Shellshock mit gerade einmal 49 Jahren ein Ende. Seth Brooks Binza, wie er bürgerlich heißt, wurde am 24. Juni in seinem Haus in Los Angeles leblos aufgefunden, wie es in den Dokumenten der Gerichtsmedizin in Los Angeles heißt. Nachdem die Polizei und Feuerwehr am Montagnachmittag zu seinem Haus gerufen worden sind, soll der Musiker bereits mehr als 24 Stunden tot gewesen sein, ehe er von den Einsatzkräften ausgefunden wurde. In der Nähe der Leiche sollen Drogenutensilien und ein Feuerzeug gefunden worden sein. Die Polizei soll daher derzeit von einer Drogenüberdosis als Todesursache ausgehen. Auch eine Autopsie wurde bereits durchgeführt, jedoch steht der toxikologische Befund noch aus. Erst wenn auch diese Ergebnisse vorliegen, könne die Todesursache abschließend geklärt werden. Crazy Town-Sänger Shifty Shellshock wurde ihm seine Sucht zum Verhängnis. Es ist kein Geheimnis, dass Shifty Shellshock mit Suchtproblemen, sowohl Drogen als auch Alkoholsucht, zu kämpfen hatte. Immer wieder landete der Musiker deswegen in den Schlagzeilen. Einst machte er sogar in einer Reality-Show vor laufenden Kameras einen Drogenentzug. In Soberhaus und Soberhaus 2 wollte er seiner Sucht entgegenwirken. Bereits 2012 wurde Binzer seine Sucht beinahe zum Verhängnis. Damals lag er auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Los Angeles, war nicht mehr ansprechbar, soll sogar im Koma gelegen haben. TMZ berichtete damals, dass möglicherweise seine Drogensucht ein Grund für seinen Gesundheitszustand gewesen sein könnte.